Ich möchte euch natürlich die schönen Shooting-Bilder vom Wochenende nicht vorenthalten und somit kann es losgehen. Schaut mal. Das war Sonntag-Kontrastprogramm zu Samstagabend. Saug halt, 3 Grad. Das war Samstagabend, das war woanders, da war es noch recht warm. Meine Lady, super geniales Bild. Mit der schönen Himmelsstimmung. Das nochmal Coolwater, wobei das Wasser war, nicht so kalt. Nochmal meine Lady. Und dann hier nochmal ein paar Bilder, super schönes Bild. Schöne Stimmung reingefangen, toller Himmel. Das Ganze war beim Schamanen. Und die Bilder könnt ihr in meiner Facebook-Seite sehen. Ich hänge nachher den Link unten dran. An die E-Mail, da könnt ihr euch bei Facebook die Bilder mal genauer anschauen. War auf jeden Fall ein geiles Shooting. Klasse Shooting mit einer Vielzahl von Hammer-Bildern. Kontrastprogramm. Samstagabends in der Wärme und hier, wie man sehen kann, sonntags in der Kälte. Plus 3 Grad das Wasser. War absoluter Hammer. Wie gesagt, Facebook könnt ihr nochmal reingucken. Wunderschöne Bilder. Das ist jetzt nur mal ein paar Bilder, da kommen noch viel, viel mehr. Und da hat es noch absolute Hammer-Bilder dabei. Schönen Pfingstmontag.